Scheiße, ich bin ein Ex-Cop. Etwa 1000 Leichen hatte ich bearbeitet und noch mehr erlebt. Zum Schluss islamistische Terroristen in good old Germany gejagt. Und meine Tochter, die seit etwa einem Jahr zu mir gezogen ist, bringt mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Warum kann ich denn nicht gerade meinen Colt vor die Nase halten und sagen, Ende mit den Physi-Mattenten. Pack dein Zeug, räum das Zimmer auf und erkläre in der Lehranstalt, dass das Ding unauffindbar ist. Hier ist meine P2000, nagelneues Ding, idiotensicher, durchgeladen und wenn einer Stress macht, dann schenke ihm eine 9mm Kupfernadel mit 350 Metern pro Sekunde. Stattdessen dachte ich, Pfefferspray in dein Gesicht, du verzogene Göre, undankbares Gesindel. Wer braucht denn schon die beschissenen Zeugnisse überhaupt, Noten? Wir leben doch alle von den anderen und Schulden. Meine Noten waren auch immer schlecht. Fachabiturnoten, Schnitt von 3,8. Trotzdem studiert und am Ende mit Diplom und 2,5 abgeschnitten. Sowohl da wie dort keine Lust zum Lernen. Studieren ist nicht meine Stärke, aber ich habe viele Interessen und Unterricht macht mir in der Regel Spaß. Es ist wie Theater und oft wie eine tragische Komödie. Zumindest, wenn ich meine Klassenarbeiten zurück bekam. Das ist wegen deiner fehlenden Struktur, seit einem Jahr predige ich dir das. Immer ist dein Zimmer unaufgeräumt. Ich kann darin auch nicht mal sagen. Dir fehlt ein Schema. Warum nimmst du nicht eine Sache hier weg und legst sie dahin auch wieder zurück? Alles andere ist doch blanker Unsinn und verrückt. Es kostet zu viel Zeit. 100 Dinge pro Tag nicht richtig abgelegt sind in 10 Tagen schon 1000. Geh jetzt Zähne putzen und erkläre in der Schule, du hättest es halt nicht gefunden. Was sollen die denn machen? Dich steinigen oder exmatrikulieren? Steh zu deinen Fehltritten. Ich hasste Menschen, die wegen ihrer Fehltritte und Handicaps heulten und vor Selbstmitleid zerflossen. Nein, brüllte sie los. Deine Predigten brauche ich nicht. Geh raus. Ich will das nicht hören und lass mich in Ruhe. Meine Worte konnten keine Wände einleiten. Ich war frustriert. Das Leben schien mir sinnlos. Konnte das sein? Wegen einem Pubertier? Aber ich hatte sie doch lieb. Und irgendwie konnte ich nicht den richtigen Abstand einhalten. Also auf der Gefühlsebene. Ich versuchte mir das nicht anmerken zu lassen. Es kam mir aber so vor, als triggerte mich das Kind total mit seiner Wut und seinem Zorn und seiner Ohnmacht. Mein gestörtes inneres Kind meldete sich heftig zu Wort. Ich konnte oder wollte mir keinen Reim darauf machen. Sollten sie mich doch alle am Arsch lecken, wie in dem Traum. Meine belehrenden von intellektueller Weisheit triefenden Sprüche brauchte Pippi nicht. Ich ging aber nicht ohne noch einen Marschbefehl raus zu hauen. Mir egal. Du gehst die Szene putzen und machst Toilette. Dann in die Schule. Geh mir nicht auf die Nerven mit deinem selbstverschuldeten Elend. Hau ab! Lass mich in Ruhe! schluchzte sie erneut und ging ins Bad. Vor dem Waschsalon stand in einer Nische noch allerhand Unrat und Müll. Zeugs, das wir bei unserem Umzug noch nicht so richtig unterbringen konnten. Wir hatten nämlich ein großes Problem. Eigentlich war das kein Umzug, sondern eine Flucht. Wie bei Dr. Kimbel, es war dramatisch. Das Kind war plötzlich verdammt ruhig und es dauerte zu lange. Es kam nicht mehr raus aus dem Wellness-Tempel. Wie läuft es im Bad? Ich deckte vorsichtig meinen Kopf rein. Was hast du da auf dem Boden vor dir? Die Zeugnismappe? Du hattest sie mit dem Karton weggeräumt. Es war deine Schuld. Ah, ich war's. In die Umzugsbox hatte ich bereits reingeschaut. Da war nichts drin, außer einem Schuhkarton mit Knochen vom Lechweg. Ja, und darunter waren noch Unterlagen, unter anderem die Mappe. Gut, du hast sie wieder. Ich war mega erleichtert. Jetzt hör auf zu jammern, trinke deinen Saft und geh. Es ist schon spät. Ich komme vielleicht unpünktlich. Dann ist das so. Lauf einfach mit stolzer Brust, warum auch immer, in das Klassenzimmer und rocke das Ding. Das Kind war zerstört. Wieder einmal hatten ihre Unordnung und Zerstreutheit ihr großen Kummer bereitet. Die weisen Worte der Erziehungsberechtigten interessierten nicht und waren bedeutungslos. Arme westliche Wohlstandskinder, ging es mir durch den Kopf. Die Dankbarkeit darüber in Frieden und Freiheit, wenn auch nicht in eine perfekte, aber in eine trockene, warme Schule gehen zu dürfen, war praktisch nicht vorhanden. Tschüss, Kussi, irre, total irre, was für ein Morgen. Das Kinderzimmer war verwüstet und der Papa blick äußerlich recht ruhig. Was sollte ich auch tun? Rumschreien, das brachte meiner Meinung nach nichts. Ich wollte doch für meine beiden Mädchen nur eine bessere Kindheit, als ich sie erleben durfte. Eltern, die zuhören, die da sind und sich kümmern. Aber genau das wollten die Kids nicht. Die brauchten nur das Handy. Ein Vater, der präsent ist und Monopoly spielen will. Dafür hatten die keine Muse. Minecraft, das ginge noch. Aber wenn ich ärgere dich? Nicht. Unvorstellbar. Läuft das richtig mit Pipi? Dürfte sie sich so aufregen oder hätte ich Einhalt gebieten sollen? Bin ich ein guter Vater? War ich streng genug oder zu hart? Machte ich das richtig? Was sollte ich tun? Welche Botschaft hatte ich Pipi vermittelt? War ich empathisch genug? Bin ich liebesfähig? War ich vielleicht ein Weichei, einer von der Sorte Eltern, wo die griechischen Helden machen, was sie wollen? Vom fünften Stockwerk des Plattenbaubalkons sah ich sie wegradeln. Im Fahrradkorb lag die Schultasche. Darin der Umschlag mit den Noten. Es ist kalt. Mir fröstelt es im Pyjama und barfuß auf dem kalten Boden. Hauptsache die Mappe ist da, denke ich. Der Rest läuft irgendwie. Keinen Kummer, murbelte ich vor mich hin. Und dann etwas lauter. Alles läuft. Mach dir nicht so viele Sorgen. Alles läuft. 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 Alles roll. $4. $4. $10.